Hey und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Mein Name ist Marc und zusammen mit meinem Kollegen Max möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, was wir im WinLab so für verschiedene spezielle Filamente haben. Los geht's wie immer nach dem Intro. Legen wir direkt los mit unserem ersten Material, PLA. PLA ist ein auf Milchsäure basierendes Material, das meist aus Maisstärke gewonnen wird. Dadurch ist es zumindest in der Theorie biologisch abbaubar. PLA ist bei uns im Lab in Anführungszeichen das Standardfilament. Die Vorteile von PLA liegen in den relativ geringen Materialkosten und darin, dass es sich relativ unkompliziert drucken lässt. Nachteile hingegen sind die geringe UV- und Wetterbeständigkeit. PLA haben wir im WinLab in verschiedensten Farbvariationen vorrätig, zum Beispiel auch in dieser zweifarbigen Variante. Damit lassen sich Objekte drucken, die je nach Betrachtungswinkel die Farbe ändern. Kommen wir damit auch schon zum nächsten Standardfilament im WinLab. PETG. PETG ist im Gegensatz zu PLA beständiger gegen UV-Einstrahlung und andere Wettereinflüsse. Weitere Vorteile von PETG liegen darin, dass es in Reihenform chemisch beständig und lebensmittell echt ist. Nachteile sind dagegen, dass es zwar sehr fest, aber dadurch auch sehr spröde ist. Außerdem reicht die Verdruckbarkeit nicht ganz an das Niveau von PLA heran. Mein Kollege Marx hat daraus zum Beispiel eine solche Wildkamera-Haltung gedruckt. Diese trotz dank der exzellenten Wetterbeständigkeit von PETG seit über zwei Jahren den Elementen und ist, wie man hier sieht, noch echt gut in Schuss. Wer hingegen nicht zu viel Wert auf Wetterfestigkeit legt und stattdessen auf der Suche nach einem Material ist, das widerstandsfähig gegen fette, Öl und hohe Temperaturen ist und dabei gleichzeitig gute Eigenschaften für mechanische Belastung bietet, der wird bei ABS fündig. Vorteile von ABS sind neben den eben genannten auch die gute Schlag- und Kratzfestigkeit. Nachteile sind vor allem, dass beim Druck giftige Gase freigesetzt werden, was das Drucken nur in einem geschlossenen Bauraum erlaubt. Außerdem lässt sich ABS nicht so unkompliziert verdrucken wie andere Materialien, da es sehr leicht zu sogenanntem Warping kommen kann. Wer die Vorteile von ABS schätzt, sich allerdings nicht mit den Nachteilen plagen möchte, der greift besser zur ASA. Dieses ist UV- und Witterungsbeständiger als ABS, ist nicht giftig im Druck und bietet außerdem eine bessere Oberflächengüte. Statt Schlag- und Kratzfestigkeit lieber etwas Flexibles? Dann haben wir TPU für dich im Angebot. TPU ist ein flexibles Material, das es in verschiedenen Härtegraden gibt. Die Härte kann außerdem über den Infill- und den Warline-Count angepasst werden. Wie man hier sieht, kann man die Härte dadurch auch lokal anpassen und diese Einstellung nur auf einem bestimmten Bereich anwenden. Neben der Flexibilität ist ein weiterer Vorteil von TPU, dass dieses kaum mit PLA zusammenhält. Beim TPU-Druck eignet sich PLA also als exzellentes Support-Material, da dieses leicht abgelöst werden kann. TPU selbst eignet sich hingegen gar nicht als Support-Material, da sich die Teile nur sehr schwer vom Support trennen lassen. Ein weiterer Nachteil von TPU ist, dass es sich nur sehr langsam drucken lässt. Von flexibel kommen wir nun zu wasserlöslich. PVA ist ein Material, das sich unter Wasser vollständig auflöst. Was im ersten Moment vielleicht komisch klingt, ist extrem nützlich für Support-Strukturen bei Bauteilen mit einer komplexen Geometrie. Ein großer Nachteil von PVA ist, dass es durch seine Wasserlöslichkeit auch sehr gut darin ist, Luftfeuchtigkeit anzuziehen. Das wiederum wirkt sich negativ auf die Druckqualität aus, wie man auch hier in dieser Aufnahme sehr gut erkennt. Wir haben hier als Beispiel mal diese Katze aus PLA gedruckt. Auf dem anderen Extruder wurde dann der Support mit its PVA gedruckt und konnte anschließend in einem Wasserbad ausgewaschen werden. In der Realität geht das leider nicht ganz so schnell wie hier im Video. Das dauert schon die ein oder andere Stunde. Ich habe das jetzt hier mal deutlich beschleunigt. Und wenn wir uns die Katze jetzt hier am Ende angucken, dann sehen wir, wenn hier normaler Support aus PLA drin gewesen wäre, das hätte man kaum entfernen können, ohne das Bauteil zu zerstören. Kommen wir zu elektrisch-leitfähigem Filament. Dieses kann für diverse Elektronikprojekte benutzt werden. Zum Beispiel um Kinder mit der Funktionsweise von elektrischem Strom vertraut zu machen oder um, wie hier bei uns, ein Spannungsteiler zu bauen. Mittels eines Arduino haben wir diesen dann benutzt, um die Farbe unserer Leuchtschrift hier anzupassen. Der elektrische Widerstand lässt sich im Slicer über die Wandstärke und den Infill beeinflussen. Besonders interessant finde ich persönlich auch unser magnetisches Filament. Dieses mit Eisen versetzte Material lässt sich wirklich vielfältig einsetzen. Zum Beispiel für Bauteile, an denen ein Magnet haften soll oder für dekorative Bauteile mit dem etwas besonderen Look, wie zum Beispiel bei dieser Katze. Durch das Hinzufügen von Feuchtigkeit kann das Material zum Oxidieren gebracht werden, wodurch es dann diese schön rostige Farbe bekommt. Durch die ferromagnetischen Eigenschaften von Eisen kann das Material außerdem magnetisiert werden. Zu guter Letzt möchte ich euch noch unser Holzfilament vorstellen. Dieses auf PLA basierende Material ist mit Holz versetzt. Das gibt ihm nicht nur ein schönes Aussehen, sondern auch eine echt gute Haptik. Nachteilig ist leider, dass die kleinen Holzstückchen im Material öfter die Düsen der 3D-Drucker verstopfen. Und dadurch, dass es nicht wasserdicht ist, eignet es sich außerdem nicht gut dafür, Vasen zu drucken. Fragt besser nicht, wie wir das rausgefunden haben. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit der Vorstellung unserer Filamente. Neben den genannten haben wir natürlich noch viele weitere Filamente vorrätig. Zum Beispiel HIPS, ProHT, PolySmooth und spezielles Nylonfilament. Falls euch das nicht interessiert, schaut euch gerne unser Video zum Markforge Mark1 an. Oder unser neues Video zum Poly Makeup Polisher. Ich hoffe euch hat das heutige Video gefallen. Lasst gerne ein Like, abonniert unseren Kanal und klickt die Glocke, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Oder kommt vorbei zum Open Nap Day, jeden Mittwoch von 9 bis 19 Uhr. Bis dahin, ciao!